Sie werden wieder an Wunder, an Freundschaft glauben, sich nach Freiheit, nach einem ungebundenen Leben sehnen, wie der legendäre schwarze Hengst. Das gewaltigste, das schwärzeste, das stärkste und das schönste Pferd, das es jemals gegeben hat. Francis Ford Coppola hat den zeitlosen Roman von Walter Farley, Blitz, der schwarze Hengst, zu einem hinreißenden Film gemacht. Es ist die Geschichte eines wilden, legendären Pferdes, das durch die Liebe eines kleinen Jungen gezähmt werden kann. Gemeinsam erleben beide die aufregendsten Abenteuer. Den Untergang eines Schiffes. Und die Gefahren, die auf einer einsamen Insel lauern. Er hat mir das Leben gerettet. Sie begegnen einem einsamen Mann. Das Pferd bewegt sich in einem ganz bestimmten Rhythmus und du musst schön mit ihm mitgehen. Der eine Legende Wirklichkeit werden lässt. Es ist ein ganz unbeschreibliches Pferd, das mit unwahrscheinlicher Geschwindigkeit über die Bahn ging, als sei der Teufel hinter ihm her. Es könnte die größte Sensation in der Geschichte des Pferderennsports werden. Der schwarze Hengst. Ein unvergessliches Abenteuer. Ein Film von überragender Schönheit. Eine Geschichte, die sie begeistern wird. Die fantastische Begegnung eines Jungen mit einem Pferd. Der schwarze Hengst. Der schwarze Hengst. Der schwarze Hengst. Der schwarze Hengst. Der schwarze Hengst.